Das Besondere ist die feine Schichtung in diesem Bohrkern, dass wir eben für jedes Jahr mindestens zwei Schichten haben, eine Winterlage, eine Sommerlage, eine Winterlage, eine Sommerlage und so weiter. Und die zieht sich jetzt unabhängig von der Farbe über den gesamten Bohrkern. Und wir sind hier in der Zeitscheibe von 6.000 bis 5.000 Jahren vor heute, also dass die Pyramiden ja etwa in dieser Zeit im Niltal errichtet wurden. Und das ist kein Zufall unseres Erachtens, sondern hatte auch klimatische Gründe. Und die waren eben die Austrocknung der Sahara und dass sich die Menschen zurückziehen mussten in das Niltal. Also dieser Bohrkern ist ohne jeden Zweifel das mit Abstand beste Klimaarchiv für die gesamte Sahara. Ich würde auch sagen für ganz Afrika für die letzten 11.000 Jahre und selbst weltweit gibt es da wohl kaum einen Konkurrenten.